Brokkoli ist das ganze Jahr über frisch und auch günstig in der Gemüseabteilung zu kaufen. Genau so sieht es mit Zitrone und Knoblauch aus. Warum nicht alle drei miteinander kombinieren, um von ihren Vorzügen für deine Gesundheit in Kombination zu profitieren? Der Brokkoli zeigt seine Verwandtschaft zum Blumenkohl durch seine äußere Form zwar an, ist aber im Geschmack unvergleichbar anders. Ursprünglich kommt Brokkoli aus Kleinasien, weswegen er in vielen asiatischen Rezepten nicht fehlen darf. Über Italien kam er dann nach Europa, wo er heute hauptsächlich am Mittelmeer angebaut wird. In Deutschland wächst Brokkoli aber auch sehr gut und wird hier bis in den Oktober hinein geerntet. Brokkoli enthält relativ viel Kalium, Calcium, Phosphor, Eisen, Zink, Natrium und B-Vitamine wie B1, B2, B6, E und besonders viel Vitamin C und Provitamin A. Um diese Stoffe weitestgehend zu erhalten, sollte Brokkoli nicht in Wasser gekocht, sondern besser in Dampf gegart werden. Kochst du ihn, so verwende das Kochwasser weiter für Suppen oder Eintöpfe, damit die darin gelösten Mineralstoffe nicht verloren gehen. Normalerweise werden nur die schönen Röschen verwendet. Aber der Strunk. Vitamin C ist ein sehr starkes Antioxidant und Zitronen sind besonders reich an Vitamin C, je frischer die Frucht. Desto höher der Vitamingehalt und die antioxidative Wirkung. Zitrusfrüchte generell und Zitronen im Speziellen können dich dabei unterstützen, Fett zu verlieren und abzunehmen. Denn Zitronen enthalten nicht nur Zitronensäure, sondern auch natürliche Bitterstoffe. Diese wirken als natürliche Appetitzykler. Außerdem wirken diese Bitterstoffe gegen Bakterien, Krebs und Entzündungen und senken Cholesterin. Sollen Bitterstoffe Appetitzügeln wirken, darf man sie aber nicht unter Süßungsmitteln verstecken. Besonders viele Bitterstoffe stecken in der Schale der Zitrone, besonders in den weißen Bereichen. Es ist daher wichtig, dass du die ganze Frucht verwendest, wenn du die Zitrone zur Unterstützung einer Diät einsetzen möchtest. Grundsätzlich gilt, wenn du jegliche Zitrusfrüchte im Ganzen verwendest. Um an die Bitterstoffe unter der Schale zu kommen, müssen sie unbedingt aus biologischem Anbau sein. Es soll ja gesund und nicht giftig sein. In Australien fand eine Studie statt, Bei der Patienten mit Bluthochdruck zusätzlich zu ihren blutdrucksenkenden Medikamenten noch Knoblauch essen mussten. Das Ergebnis dieser Studie war, dass sich der Blutdruck zusätzlich um durchschnittliche 10 mm Hg senkte. Zur Senkung der Cholesterinwerte im Blut gibt es viele Studien, die alle darauf hindeuten, dass Knoblauch die Eigenschaft besitzt, die Blutfettwerte zu senken. Knoblauch enthält außerdem Sulfide. Das sind pflanzliche Schwefelverbindungen, wie sie auch in Zwiebeln oder Lauch vorkommen. Diese Sulfide wirken antimikrobiell und entzündungshemmend und unterstützten damit das Immunsystem bei seiner Arbeit. Infekte wie Erkältungskrankheiten von uns fernzuhalten Nun weißt du, wie gesund diese drei Zutaten sind und möchtest natürlich wissen, wie du sie miteinander kombinierst. Wir haben da Ideen für dich. Verwende Nudeln deiner Wahl. Für Pfannengerichte eignen sich Spiralnudeln, Orekiate, Muschelnudeln und andere mittelgroße Formen. Koche die Nudeln in Salzwasserbiss fest und mische sie vor dem Servieren mit dieser Gemüsemischung in einem Topf das Öl. Knoblauch und Zitronenschale kurz anschwitzen. Anschließend den in kleine Röschen geschnittenen Brokkoli hinzufügen und gar dünsten. Dann Zitronensaft, Brühe, Salz, Pfeffer und die Nudeln dazugeben. Gut mischen und mit den Mandeln und dem Parmesan bestreuen. Dieses Rezept bringt dir den Sommer zurück auf den Teller. Probiere es aus. Du kannst auch gut Tiefkühlfisch verwenden. Als Beilage passt Reis. Fisch in 2 x 2 cm große Würfel schneiden und mit Mehl bestäuben. Brokkoli in Röschen teilen, Zwiebel fein würfeln, Paprikaschote waschen, putzen, würfeln, Chili in Ringe schneiden, Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Fisch anbraten, salzen, pfeffern und dann herausnehmen, Zwiebel, Knoblauch, Paprika und Brokkoli kurz andünsten. 100 ml Wasser angießen mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Chili, Anis oder Oso und Petersilie würzen. Fisch zum Gemüse geben, kurz ziehen lassen. Bon Appetit! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.